Hallo, heute zeige ich euch ein Color-Blocking-Augen-Make-up. Dazu benutze ich Kajalstifte von ModelsOwn. Die gibt es exklusiv bei Point Rouge im Internet zu bestellen. Heute entscheide ich mich für den grünen und den pinken Stift. Ich beginne mit dem pinken Stift. Den pinken Stift trage ich nur oben aufs Lid auf. Ich trage es richtig dick auf. Den grünen Stift benutze ich nur unten. Ich ziehe den Strich auch außerhalb vom Auge hoch. Auf der Rückseite ist noch ein Schwämmchen. Damit kann man noch den Kajalstift ein bisschen verwischen, wenn man möchte. Das ist mein Color-Blocking-Augen-Make-up. Viel Spaß beim Nachmachen! Bis zum nächsten Mal.